Mit der Draper-Generation Convio Flex und Convio stehen dem Fahrer zahlreiche aus der Kabine heraus bedienbare Assistenzsysteme zur Verfügung. Neben dem flachsten Anstellwinkel am Markt und einer sehr guten Sicht auf die Bänder sind diese Assistenzsysteme die optimale Unterstützung für den Fahrer in allen Bedingungen. Automatic Bellspeed passt vollautomatisch und kontinuierlich die Geschwindigkeiten der Seitenbänder und des Mittenbandes an die Vorfahrtsgeschwindigkeit des Mähdreschers an. Nachdem das Assistenzsystem im CEBIS aktiviert wurde, kann sich der Fahrer voll auf die unterschiedlichen Bestandsbedingungen und die jeweils dazu passende Vorfahrtsgeschwindigkeit konzentrieren. Gerade in inhomogenen Beständen sichert dies einen gleichmäßigen Buchfluss und trägt somit zur optimalen Beschickung des Mähdreschers mit Erntematerial bei. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen dem Fahrer zwei unterschiedliche Reversiermodi zur Verfügung. Mit dem Kippschalter in der Armlehne werden Haspel, Mittenband, Einzugsschnecke und Einzugskanal reversiert. Der Taster am Fahrhebel bzw. C-Motion Multifunktionsgriff ermöglicht ein Reversieren der Mitten- und Seitenbänder während der Fahrt. So kann Verzögerung und Beschädigung einfach vorgebeugt werden. Weiterhin verfügen alle Convio Flex und Convio Schneidwerke über ein Frühwarnsystem. Dies erkennt und meldet das Auftreten von Schlupf an den Bändern. So erkennt der Fahrer bereits frühzeitig kritische Zustände und kann eingreifen. Zudem hat er zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über die korrekte Bandbeladung, auch in der Dämmerung oder nachts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 SCH. Dannst duuel Dienstle